Wir haben jetzt ein paar Beiträge gehört und ich darf mich kurz auch noch mal vorstellen. Ich bin DJ Kaito und ja, ich habe letztes Jahr einen Song mit ein paar anderen Musikern gemacht, der sich auch gegen diese Drohnenkriege richtet und diesen hört ihr jetzt, der heißt genau so wie diese Veranstaltung Stopp Rammsteigen. Meiner Freundin Paula. Stopp Rammstein! Stopp Rammstein! Stopp Rammstein! Du kommst von der Wege, du machst dich dich, du rechst gegen die Mannschaft. Du wirst gegen die Mannschaft, die Welt weiß, dass du frei bist. Du pressst die Bauten, du beginnst zu killen, du drastst die Bombe. Das ist dein Wille, das ist kein Gain. Wir sind die Fools, das ist ein Grime, das ist die Lose. Das ist ein Grime, das ist ein Grime, das ist ein Grime. Das ist ein Grime, das ist ein Grime. KILL, KILL, KILL! Stopp! Drop bombs, 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 BOMS! Stopp! Fight to kill, dirty walls! Fight to kill, stop the dirty walls! Oh, stop Rumpstein, stop, stop Rumpstein, you're playing hard and sick with the whole world, you chase people night and day, that's your work. You think it's justice, but you're one, you kill the people, you think you're strong, now you're not, that's for sure, cause we're here, we don't need you anymore, hypocrites, 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 kill, 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 stop, drop bombs, 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 stop, Fly to kill, dirty walls, fly to kill, stop the dirty walls, stop Rumpstein, stop, stop the box, stop, stop the drones, Stop, stop Rumpstein, stop, stop, try to learn a piece, that's what the world needs, it needs, it needs, it needs, it needs. Fly to kill, dirty walls, fly to kill, stop the dirty walls, stop Rumpstein, stop, try to learn a piece, that's what the world needs. I said try a little piece, that's what the world needs, it needs. It needs peace, 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 peace. Try a little piece, no, try a little piece. That's what the world needs, it needs peace, 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 peace. Dankeschön. Und was entsteht aus diesen Drohnenangriffen? Es besteht Krieg, es entsteht Flucht, es entsteht Angst. Elend! Elend! Ich habe jetzt noch einen Song geschrieben, der das alles verarbeitet. Diese ganzen Leiden, die von Menschen durchleben, nicht nur die bei den Drohnenangriffen und auch die, die vor den ganzen Kriegen in der Welt flüchten, dieser heißt auch die Flucht. Hör zu, die Welt, in die du geraten bist, ist eine Welt, in die nur wenige Menschen Einblick haben und du hast jetzt hinter den Vorhang gesehen. Hier geht's nicht um Kube, Grenzen oder Territorien. Die Währung dieses Krieges sind Informationen. Auf der Flucht vor Liebe, auf der Flucht vor Gefühlen, auf der Flucht vor Krieg, auf der Flucht vor Mühen, Flucht vor Not, Flucht vor Not, Flucht vor Tod. Ein Mädchen aus einem Dorf, doch sie kann nicht bleiben dort. Krieg hat das Land zerstört, ihr Haus, ihr Garten, auf das Ende kann sie nicht warten. Geflückt aus dem Land, wurde Krieg einst gegangen. Heute ist er wieder bei ihr, ganz nah vor der Haustür. Es geht von vorne los, geht Hausgarten. Vater, Mutter, Sohn, wie soll man in Frieden wiederhungen? Es geht wieder los, Flucht aus dem Land, aber immer mit der Angst, dass er wiederkommt. Auf der Flucht vor Liebe, auf der Flucht vor Gefühlen, auf der Flucht vor Krieg, auf der Flucht vor Verminien, auf der Flucht vor Hunger, auf der Flucht vor Not, auf der Flucht vor Leiden, auf der Flucht vor Tod. Auf der anderen Seite der Erde, sitzt kurz, Bekannte sagen, dass er fett wäre, eben geht's gut. Er kennt keinen Krieg, er kennt keinen Leid, er weiß nichts über Leid, Bescheid, aber er verprasst sein Geld in Essen. Kleidung, wer hat Gegenstände, er hat nichts übrig für eine Spende, er gibt zu viel aus, verschuldet sich und kennt der Leid, bettet um jeden Cent. Doch bekommt nichts dort unter der Brücke, wo er seit einem Jahr pennt. Er verliert sich in einer Psychose, labert mit Einbildung namens Chan, Shin und Shosen. Eines Tages sieht's nicht mehr aus, er stellt sich auf diese einbesagte Brücke und flüchtet in den Tod. Auf der Flucht vor Liebe, auf der Flucht vor Gefühlen, auf der Flucht vor Krieg, auf der Flucht vor Bemühen, auf der Flucht vor Hunger, auf der Flucht vor Not, auf der Flucht vor Leiden, auf der Flucht vor Tod. Und mitten in einer Stadt, der Finn, er hat sich verliebt, doch will's nicht zugeben, denn es ist ein Mann, den er liebt. Familie, streng christlich, diese Einstellung sei nicht richtig, sagten sie und schlugen zu. Züchtigung, Demut, Sportteil, es ist sehr zu, er flüchtete sich in sein Zimmer, kam, kam raus, schieb sich im Internet auf, doch es kam noch viel schlimmer. Aufschluss aus der Gemeinde, aus Schulen, Festen und Vereinen, so ging es jahrelang, doch hat er neben ihm immer noch dran gehabt. Mit 18 stand er ihm seine Liebe, nachts so oft vor ihm sie entrieben, für den UKS C, wo seine Eltern waren in Tränen, sie verstehen halt nicht, was es heißt zu lieben. Sick, we have to tell you this, the people are ready, it's time for a shift. We up your mind, take your answers, plant, fight for your rights, it's time to resist and so. Sick, we're old. We're gonna never say, we're old. Merkt euch bitte eins. Unter dem Strich gibt es auf dieser Welt nur zwei Jahre von Menschen. Du hast die Schwätzer und die Macher. Die meisten sind bloß Schwätzer. Die können nichts als labern. Aber wenn alles gesagt ist, sind es die Macher, die diese Welt verändern. Und wenn sie das tun, verändern sie uns. Deswegen wir sie nie vergessen. Zu welchen gehörst du? Schwätzt du nur rum? Oder stehst du auf und tust was? Denn eins kannst du mir glauben. Alles andere ist gequirlte Scheiße. Und jetzt weiß ich nicht, was ich sagen soll. Für alle, die hier noch stehen geblieben sind, fragen, wer ist das hier eigentlich und was machen wir hier? Ich bin DJ Kalte und wir stehen hier einerseits für den Frieden, andererseits gegen die Militärbasis Rammstein hier in Deutschland, von denen aus Drohnenkriege aktiv geführt werden. Von den USA aus geht das Signal einmal zu Rammstein und dann zu den ganzen Drohnen in der ganzen Welt. Denn durch die Abkommun kann die Signale aus den USA nicht alle Drohnen erreichen, die im Einsatz sind. Jo. Ich gebe da mal ab.